Was meinst du? Äh... Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herum irren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Geh steig, Bulli. Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Okay, ich muss jetzt zugeben, was eben, beziehungsweise vermutlich in der letzten Folge dann passiert ist, war doch nicht das, was ich erwartet hatte. Aber ich finde es wirklich toll, wie die die... Äh, da war doch gerade was. Wie die diese Umschwenkungen immer haben in der Vergangenheit. Das ist doch ziemlich clever gemacht, würde ich sagen. Das war wiederum nicht so clever gemacht. Kann ich da jetzt in Küche auch nochmal zum Gucken, oder? Geht's noch überall weiter, okay. Ja, geht da durch. Weitersuchen Gemeinde Little Hope Auszeichnung An die Polizeidienststelle Little Hope Am 16. Januar 1972 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffman auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, um die vom Feuer eingeschlossenen Familienmitglieder zu retten. Leider mussten sie von den Flammen zurückweichen und mehrere Personen kamen ums Leben. Der Bürgermeister, der Polizeipräsident und die Einwohner Little Hope bedanken sich jedoch bei der Polizeidienststelle für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der Öffentlichkeit. 4. April 1972 Ja, offenbar nicht. Also wenn man solche Räume von Resident Evil gewohnt ist, ist das irgendwie nicht schön, da durchzulaufen. Alter Hexenkerker, gebaut 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozesse in Little Hope, wurden viele der Beschuldigten hier eingesperrt. Okay. Daraus haben sie dann ein Polizeipräsidium gemacht. Ich meine, damals hat das ja nicht so funktioniert mit der Gerechtigkeit, ne? Jetzt habe ich überhaupt keinen Plan mehr, wo die anderen jetzt sind. Ach, da laufen sie rum. Etwas muss doch hier sein. Geh mal da durch. Achso, ich kann nicht. Ach, sag das doch. Na also, ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Mist! Mist! Wow! Hey! Entspann dich! Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal. Das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Ja, ich würde sagen, wir suchen einfach mal, ne? So, ja. Das Problem ist, wenn das jetzt natürlich in einer der Räume ist, wo wir schon waren, ist das sehr ungünstig, weil ich da eigentlich nicht mehr rein wollte. Kann man hier nicht durch? Okay. Jetzt haben die hier einen Kühlschrank mitten im Büro, oder was? So, geht das aber nicht hier. Guck mal, da flackert irgendwas. Das ist aber, glaube ich, nur die Optik. Da waren wir schon. Ich wette, wir finden bald etwas. Sieht so komisch aus, wie eine komplett andere Person irgendwie. Öffne niemals Schränke. Aber anscheinend hat er keine Horrorspiele gespielt. Oh, okay. Reynolds. Polizeidienststelle, okay. Was war das? Was machen wir? Rangehen? Äh. Halt. Erst mal abwarten. Geh verdammt noch mal ran. Hey, komm schon. Sei doch einmal in deinem Leben ein Mann. Schön. Hallo? Wer ist da? Fang ein Gespräch an. Sag irgendwas. Mit wem spreche ich? Wer immer das ist, der Anrufer hat wohl eine Art Nervenzusammenbruch. Klingt völlig irre. Das wird mir alles zu verrückt. Leg auf. Leg nicht auf. Das ist unsere Chance herauszufinden, was hier los ist. Was? Komm, Mädchen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Ich ersuche das Gericht. Und Judge Wyman, lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Du bist keine Gespiele des Teufels, Reverend. Das Gericht vergeben mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Äh. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein! Mary? Mary, Schwester, was quält dich? Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr hier angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Wer ist da? Gott, schütze uns! So helft mir doch! Wir sind hier unter uns! Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Sie sind hier unter uns! Sie sind hier unter uns! Ich kann ja mal die Klappe halten. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Little Hope umgeht? Habt Acht und betet! Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch! Er sucht den Herrn! Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich? Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Was denkst du, war mit ihr los? Diese Synchronisierung? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken. Erhängen. Verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Hast recht. Die Kleine wusste genau, dass sie damit Angela II in die Scheiße reitet. Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja. Es war schlimm, das zu sehen. Bist du so verstört, weil die Frau genauso aussah wie Angela? Sicher. Wenn man jemanden, den man kennt oder zu kennen glaubt, in so einer Situation sieht, nimmt einen das mit. Danke, John, für dein Mitgefühl. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Hey, Taylor! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht! Ist abgeschlossen! Versuchen wir es mit Gewalt! In drei, zwei, eins... Taylor! Hi, Professor! Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Das ist doch wahnsinnig! Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten! Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Dein Streberlook enttäuscht. In dir steckt ein Krieger. Bin ich die Einzige, die noch an diesen komischen Typen gedacht hat? Ich mein, klar, äh, ich muss... Der Nebel wird schlimmer. Ich muss da positive Energie versprühen und alles und, äh, muss versuchen, die auf eine positive Bahn zu lenken. Aber, ja, ich hab kein gutes Gefühl. Ist da irgendwas, oder warum läuft die hier so rum? Leute, bewegt euch mal! Ich schätze, wir sterben gleich. Äh... Ich seh gar nix. Ha! Himmel! Das Wasser ist schwarz. Damit will ich nichts zu tun haben. Okay. Wer zuerst? Hm. Professor, du meinst doch, du hast das Sagen. Also... Ähm... Ich schätze mal, er stirbt jetzt, weil er schwer ist. Ich weiß es nicht. Kein Stress. Der Prof und ich bringen dich rüber. No problemo. Ja, ja, wir kriegen dich schon rüber. Na, okay, schön, alle zusammen. Das war jetzt richtig clever. Hey! Mein Gott! Was jetzt? Du hast recht. Wir müssen hier... Ja! So. Funktioniert nicht, wenn man den falschen Stick benutzt. Hi, Vögel-Tür. Ah! 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 Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! Amy wird als Teufelsbule schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Beten wir still für ihre Seele. Ich tat nichts Falsches. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht die Tucht. Ich bitte euch. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Der Teufel ist im Wind. Will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel ist mit ihr. Ihr müsst sie festbinden. Ihr könnt das nicht tun. Isaac. Ich bin unschuldig. Verschreckt das Urteil. Hässt mir. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns holen kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenberg oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiter atmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend. Es ist unter uns. Isaac. Ah! 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 was habt ihr gesehen sagt schon ich weiß nicht wie ich das sagen soll man warf den fondant gefesselt in den fluss sie ertrank und